Hallo, ich möchte Sie gerne hier in meinen wunderschönen Wellnessräumen begrüßen. Ich bin die Eva Tappe und ich mache hier die Kosmetik mit verschiedenen Kosmetikprodukten von der Firma Klapp und von der Naturkosmetik von Dr. Boos. Ich mache verschiedene Behandlungen, unter anderem auch die Maniküre und die Pelliküre und kann Ihnen nebenan in meinen schönen Räumen verschiedene Massagen anbieten. Da darf ich Sie jetzt einfach mal bitten, dass Sie mit mir nach drüben kommen und sich einfach mal meine Räume anschauen. Hier kann ich Ihnen von der Vendes-Massage über alovenische Massagen, die Hot Stone, die Pantai, die Gashan, unter anderem die balinesische Massage anbieten, damit Sie ganz entspannt und Ihren Urlaub weiter genießen können. Vielen Dank, Ihre Eva Tappe.